Was ist der Unterschied zwischen Pyramidensystem, Pilotenspiel und Network-Marketing? Ein unerfahrener Mensch, wenn er über Multilevel-Marketing hört, denkt oft auf Pilotenspiel oder auf Pyramidensystem. Aber diese drei Dinge sind nur ähnlich zueinander, nicht gleich. Da sind einige markante Unterschiede. Heutzutage, viele Pyramidensysteme tarnen sich aus Multilevel-Marketing. Lernen wir mal alle ein bisschen kennen, sodass uns danach niemand damit reinlegen kann. Meiner Meinung nach ins Pilotenspiel oder ins Pyramidensystem einzutreten, ist ebenso fehlerhaft, wie ein ehrliches Network-Marketing-Möglichkeit entgehen zu lassen. Die Regeln eines klassischen Pilotenspiels Ein Flugzeug hat acht Passagiere, vier Stewards, zwei Co-Piloten und ein Kapitän. Wenn die Passagiere jeweils noch zwei Personen einschreiben, alle treten eine Ebene höher und der Kapitän fliegt weg. Die zwei Co-Piloten bekommen jeweils ein eigenes Flugzeug. Die frisch eingeschriebenen Passagiere zahlen 50 Euro für den Kapitän. Dann haben sie keine Ruhe, bis auch sie wegfliegen mit 400 Euro in der Tasche. Wenn das Spiel nicht unterbrechen wird. Das Spiel wird aber unterbrechen, das ist eine Natureigenschaft. Eben darum ist es illegal und strafbar. Wie die Juristen sagen, Einkommen zu generieren, ohne tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeiten. Die wichtigsten Unterschiede zwischen MLM, Pyramidensystem und Pilotenspiel Dieses Pilotenspiel wird auf den ersten Blick aufgedeckt, aber beim Pyramidensystem ist das nicht so einfach. Im Pilotenspiel gibt es kein Produkt und der Gewinn den Gewinnern ist ebenso viel wie der Verlust den Verlierern. Im Pyramidensystem gibt es schon ein Produkt oder Dienstleistung, ebenso wie bei Multilevel-Marketing. Darum ist das so täuschend. Aber die Produkte im Pyramidensystem sind entweder völlig unbrauchbar für die Verbraucher oder sie können diese erst bekommen, wenn sie noch weitere Leute ins System einschreiben. In den meisten Fällen diese Produkte kaufen ausschließlich die Mitglieder des Spiels. Ein Pyramidensystem bleibt weiterhin funktionsfähig, wenn wir das Produkt herausnehmen, weil die Einzahlungen den Neueinsteigern in der Bewegung halten. Eine Zeit lang. Wenn wir aus dem Multilevel-Marketing das Produkt herausnehmen, wird nicht weiter funktionieren. Bonus erzeugt sich nur nach dem Verzehr der Produkte. Ein Beispiel auf ein getarntes Pyramidensystem. In einer Kleinstadt in Amerika lebt ein Fahrradhändler. Damals konnte man für 10 Dollar ein Fahrrad kaufen, aber er hat auch für 8 Dollar angeboten, wenn der Käufer auch noch 5 Coupons für 5 Dollar gekauft hat. Er konnte dann diese Coupons verschenken und wenn jemand mit diesem Coupon ein Fahrrad gekauft hat, konnte der frühere Käufer sein 1 Dollar zurückbekommen. Also wenn jemand wirklich nur 8 Dollar ein Fahrrad kaufen wollte, musste er mindestens 4 Personen finden, wer Fahrrad kaufen wollten. Natürlich, auch der neue Käufer konnte den 8 Dollar plus 5 Coupon Preis wählen, aber in einer Kleinstadt hat man schnell die Kaufkräfte erschöpft. So die Leute, die später eingestiegen sind, haben für 13 statt 10 Dollar das Fahrrad gekauft. Und der Verkäufer hat praktisch von Anfang an 13 Dollar für seine Fahrräder bekommen. Dieses System ist auf den ersten Blick überhaupt nicht verdächtig. Ein ganz normaler Marketing-Trick mit den Coupons. Wenn wir noch irgendein Geschenk für die Couponinhaber hinzufügen, ist die Tarnung perfekt. Ein Pyramidensystem voll kurzem, Kairos. Die Firma Kairos, Firmensitz in London, hat Speicherplätze für Großunternehmen und 150% Gewinn für die Mitglieder des Netzwerkes angeboten. Das Wesentliche war, wenn jemand sich ins Netzwerk eingeschrieben hat, ein Klientprogramm hat sich auf seinen Rechner installiert, es hat dort einen bestimmten Speicherplatz reserviert, was dann fürs Geschäftskunden vermietet wurde. Die Sache blutet aus mehreren Wunden, weil seriöse Serverpacks bieten blitzschnelle Server mit automatischem Stromausfall und Feuerschutz, mit Abstand billiger. Damit kann Omas alte Rechner, womit sie manchmal mit ihrem Onkel skypen kann, nicht mithalten. Die Firma Kairos hat Konkurs gemeldet und die Mitglieder des Netzwerkes können ihre Investition abschreiben. Zu diesem Betrug war nötig, dass viele Normalos, die über Informatik wenig Ahnung haben, aber fest an das Glück glauben, ihr Portemonnaie aufmachen. Aber ich hätte auch die OneCoin Kryptowährung sagen können, weil laut die frischesten Medienberichte bei OneCoin gibt es Festnahmen und Anklagen statt das große Geld. Was haben die getarnte Pyramidenspiele gemeinsam? Diese Pyramidenspiele haben eine ausgeklügelte Tarnung und sie machen immer großen Show. Sie versprechen unrealistischen Umsatz, und zwar sehr schnell. Man kann zum Beispiel vorregistrieren auf solche Produkte, die noch gar nicht existieren. Aber wenn sie fertig sind, werden sie ohne Konkurrenz dastehen. Diejenigen, die schon jetzt registrieren, bekommen diese wunderbaren Produkte für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes. Leider, auch wir hatten schon Partner, der sich verführen hat lassen, aber das Bombengeschäft hat eingesackt. Das Wunderding wurde nicht fertig. Warum lassen sich so viele hereinlegen? Die meisten glauben starrsinnig daran, dass man zum Erfolg einfach Glück braucht. Sie sehen die Unmengen von Arbeit, die Versagen und das Lernen, die hinter die meisten Erfolge stecken, nicht. Leider zu viele glauben, dass man zum Erfolg hineingeboren muss. Und wenn wir schon das verpasst haben, dann müssen wir zur richtigen Zeit an dem richtigen Ort sein. Meiner Meinung nach, das ist der Grund, warum so viele in den Tricks der Betrüger reinfallen. Diese Schlitzohren zeigen den Luxus, den man erreichen kann. Sie benutzen ausgeklügelte Überredungstechniken und die Opfer lassen sich einreden. Es gibt Firmen, die legale Multilevel-Marketing ausüben, aber die Nachfrage nach ihren Produkten oder nach ihren Dienstleistungen durch Shows künstlich generiert ist. Erinnerst du dich an TalkFusion oder dessen Mitbewerber iWoWi? Beide haben Videotelefonie angeboten. Am Anfang hat das Geschäft geboomt, weil der Show war groß. Aber die Dienstleistung war eigentlich keine große Nummer. Jeder kann seine Videobotschaft mit seinem Handy aufnehmen und durch hunderte von Kanälen weiterschicken. Diese Dienstleistung scheint für mich nicht richtig verkauffähig. Eigentlich nur die Mitglieder des Netzwerkes haben es gekauft. Heutzutage hört man kaum mehr über diese Firmen. Deren Schüssel zum Einflug waren die großen Versprechungen und die Augenwischerei. Ich kann der Firmen auch nicht vertrauen, die unsere Körperflüssigkeiten einsammeln und auswerten. Um sagen zu können, ob wir deren Produkte brauchen oder nicht. Beziehungsweise selbstverständlich brauchen wir diese Produkte. Die Frage ist nur, wie viele Produkte. Natürlich, diese Produkte können ausgezeichnet sein, aber wenn die Firma als nötig hält, mich manipulieren zu versuchen, bin ich schon misstrauisch. Wie kannst du die Fallen entgehen? Du kannst ruhig angenehmig sein, wenn jemand die Nachricht über eine sensationelle Geschäftsmöglichkeit bringt, wo man gar nichts zu machen braucht, nur ein Startpaket muss man kaufen. Es ist sehr verdächtig, wenn dich jemand auf eine Vorführung einlädt, die in der Luxusumgebung stattfindet. Frage von dir, ob ich so ein wertvoller Kunde bin, dass diese Pracht gerechtfertigt ist. Oder wollen Sie mich nur verblenden? Sehe nach dem Hintergrund der Firma nach. Kairos hat sein Büro in London mit weiteren 500 Firmen geteilt. Das ist schon verdächtig, oder? Suche nach den Zertifizierungen der Firma nach. Die geprüfte Qualität oder das ärztliche Gerät scheint mir keine seriöse Qualifizierung zu sein. Suche im Internet nach, was genau diese Zertifizierung bedeutet. Und zum Schluss, deine Denkweise. Wenn du nicht daran glaubst, dass man auch mit Nichtstun reich werden kann, du bist so gut wie geschützt. Was eine seriöse MLM-Firma anbietet gegenüber einem Pyramidenspiel? Wirklich ausgezeichnete Produkte oder Dienstleistungen mit wahrer Nachfrage. Wichtig, dass die Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Nicht der Show lässt das Produkt vermarkten, sondern dessen Qualität. Eine ehrliche MLM-Firma auch ein ehrlicher Rückvergütungsplan hat. Das garantiert, dass die geleistete Arbeit ausbezahlt wird und jeder erfolgreich werden kann, egal wann er sich eingeschrieben hat. Also die Firma nur dem bezahlt, wer gearbeitet hat, aber ihm sicher zahlt. Die sichere Methode wäre, wenn man auf alles Nein sagt. Oh nein, überhaupt nicht. Wie ich schon erwähnt habe, auf ein gutes Angebot Nein zu sagen, ist Blödsinn. Nehmen wir zum Beispiel die Firma DXN. Sie ist schon 26 Jahre alt. Der Reishi-Café ist keine neue Idee. Sie ist ohne Zweifel der größte Reishi-Pilz-Hersteller der Welt. DXN hat wertvolle Zertifizierungen, die ihre Mitbewerber nicht bekommen haben. Diese Daten sind alle offen und kontrollierbar. Wir versprechen keinen schnellen Reichtum, im Gegenteil. Lernen und Arbeiten bieten wir an, aber eins können wir versprechen. Es lohnt sich, hier Mühe zu geben. Stell dir eine Szene vor. Du bist 40 Jahre in einem Zwangsarbeitslager eingesperrt. Du darfst nur raus, wenn du deine Zeit abgesessen hast. DXN ist ein Spaten, womit du einen Tunnel unter der Erde in die Freiheit graben kannst. Dazu brauchst du einen ziemlich langen Tunnel, aber du selbst musst ihn graben. Nun, wäre das genug für dich, um graben zu beginnen, oder bleibst du im Knast? Was ist nun der Grund, warum so viele im Emmerling versagen? Im Multi-Level-Marketing, viele sind, die so eine Änderung erreichen wollen, dass nichts außer ihr Wohlstand ändert sich. Natürlich in die positive Richtung. Die meisten wollen nichts erlernen, sie machen, was sie für richtig halten. In den meisten Fällen ist diese Hoffnung falsch. Die Verantwortung schieben sie auf ihren Sponsor oder auf die Gesponserten. Wie Eric Worre erwähnt hat, dein Erfolg oder Misserfolg im Multi-Level-Marketing gehört dir. Du kannst dafür niemanden verantwortlich machen. Michael Strachowicz sagt, zum Erfolg im MLM brauchst du keinen Sponsor oder Upline. Du brauchst nur ein Downline. Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und ich wünsche dir, dass du dich aus dem Hamsterrad befallen kannst. Wie Eric Worre sagt, das ist ein besserer Weg.